schöne lange gerade da kann der zug sein volles potenzial ausschöpfen so wo haben die das hotel da hier ist natürlich auch dass diese müllkippe steht da auch ein bisschen eher ungünstig die frage ist wie man den bar hier könnte man das auch hier wäre eigentlich guter platz für einen tunnel und dann den bahnhof hier so hin wäre jetzt so spontan meine idee gewesen ich meine das bietet sich ja fast schon an der ist an zwei händen das hotel nicht knast direkt neben hotel ist auch irgendwie ein bisschen ironisch ach so ja müsste ich dann wieder irgendeine aufteilung für den nahverkehr machen das heißt wir machen das erst mal weg hier ich reserviere mir mal das land hier an der seite für den fall dass dann da außen wieder ein nahverkehrsgleis rankommt das ist kein street transit hier gleis bau bitte so das war dumm so was denn hier für den bahnhof was habe ich wieder keinen bock mehr drauf aber wir werden schon besänftigen so wie war der bahnhof da zu bauen den ich gerade ausgewählt hatte mal von von Achso, das war ja der andere Bahnhof, den wir oben schon mal hatten. Wie würde das denn aussehen? Das ist eigentlich eine coole Idee, das so im Wechsel und das den Leuten von Appenzahl auch so gefällt. Nehmen wir mal die PSD Version, so zack, eine Fünferlänge reicht ja glaube ich. Ihr könnt ja hinten auch hier so ein Underpass hinmachen als Ende, dann wird das Ding nämlich noch eher ins länger. Auch wenn das glaube ich nicht das ist, was hier dazugehört. Aber es ist mir erstmal Wurst, hat der Bahnhof überhaupt ein Einzugsgebiet an den Städten? Oh, nicht wirklich. Gut, nehmt an Passagiere oder im Prinzip Passagiere, aber viele werden das am Anfang wahrscheinlich nicht sein. Tja, jetzt müsste nur noch hier mal die Stadt das mal zulassen, dass wir das mal fertig bauen können. Also wir machen nochmal ein Depot-Dings hier. Was hat mir mal gelungen? Ja, 15, nein, einfach so hier vor der Brückenüberfahrt. Ja, da ist gar nicht kein Platz. Ich stelle einfach hier mit hin und dann passt das schon. So, Wettingen, was ist los? Ich möchte gerne den Bahnhof bauen. Dann kann ich mal wieder eins abreißen. Ja. Aber das reicht nicht, ne? Ich brauche ja mindestens noch 1, 2, 3, 4, 5 Dinger. 1, 2, 3, 4, also bis hier hinten. Das Stück müsste ich noch wegkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Theoretisch könnte man da jetzt erstmal die Züge, äh, oh. Wir können erstmal die Züge, äh, umleiten. Äh, Wettingen Heilbord wird jetzt das hier. Halt. Och, ne, Wettingen. Achso, das ist hier oben bloß das, zum Glück. So. Jetzt können wir das hier abreißen. Achso, da war gar keine Busanbindung da bei dem Ding. Achso, ich muss jetzt erstmal das hier wieder freigeben, dass die hier langfahren können. Ist das ein anderes Gleis? Ne, das sah nur so aus durch diese diagonale Neigung anscheinend. Äh. Ja. So. 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 Warte mal, ich will doch eigentlich bloß die Sackgassen weg. Tüdel und nicht hier, äh. So. Jetzt finde ich hier blöd. Egal, für eine Bushaltestelle hat es gereicht. Und ich sponsere den hier den Lückenschluss. Und dann könnt ihr ihn dort hin siedeln. aber das finden sie nicht schlecht jetzt kann es natürlich sein, dass das jetzt so, die fahren hier im Kreis ach, das ist das Depot ach, die sollen einfach dann hier zack, zack zack die sollen einfach so jetzt fahren ach so, das Hotel könnte man noch mit reinnehmen als Ersatz dann wird es eine Runde warte mal, ich mache das gleich nochmal ganz neu so, zack ja, warte mal, ich hätte ach so, naja, gut kann ich den Fahrplan aufheben? ja, zack zack, zack, zack zack und der andere fährt andersrum zack, 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 zack so so, und das kriegt dann auch noch eine Hochstufung zum Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof so, da kommt auch schon der erste Zug gleich an der dort anhält gut gut, man könnte die auch bestechen, die Stadt gut, man könnte die auch bestechen, die Stadt ja, wo ist denn der andere Bus hin ach, der guckt hier oben rum ja, was fällt denn der für eine komische Runde also hä, wo will denn der hin ach so, der hat keine Aufträge oh, hä, besteht die nämlich zugewiesen hä, was hab ich denn da gemacht? ja, gut, egal egal egal, egal, egal so, der ja kleine Bestechung und den